Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Athletics, Sports & Food, unserem Nahrungsergänzungs-Webshop und im Herzen Fitness-Story Karlsruhr-Dollach zum Thema Weihnachtsangebot, Nahrungsergänzungen. Wie jedes Jahr gibt es bei uns bis einschließlich 31.12.2015 23 Uhr 59 Minuten und 59 Sekunden 20% Rabatt auf alle Nahrungsergänzungen, die es bei uns im Ladengeschäft und im Webshop gibt. Und da gibt es so einiges und zwar, ups, was haben wir hier, Mycellaris-Casein, Protein, Overnight-Versorgung, was wir alles haben, Smart Shaker, Anabolik-Protein, Nachos, Chips, was haben wir nochmal alles, Nachos, Chips, oh, Fettbörner zum Beispiel. Und was haben wir hier noch, Zink, Carnitin, Kreatin aus ganz verschiedenen Quellen von jedem Hersteller und für die Schleckermäuler Pancakes und mehr komponienten Geschmacks-Protein, das gute Wave-Protein für nach dem Training und, aha, Pul, und wir haben noch Amino-Fusion, Aminosäuer-Pulverform, Glutamin, für all die, die hart trainieren, BCAAs von der Firma Afray, auch von anderen Firmen und was haben wir hier noch, Spicerum, ganz wichtig nach Weihnachten, warum? Ihr wisst warum, Weihnachten heißt, 2, 3, 4 Kilo Gewichtszunahme. Was haben wir noch? Besser wie jeder Weihnachtskeks, ein Fitnessriegel, das ist mein Lieblingsriegel, Yippie-Jay, was haben wir hier noch, oh, die Freiregel, Zitronengeschmack, sehr lecker und den bekannten 50-Jährigen der Firma PIK, sehr lecker und vor allem mit hohem Proteinanteil, was haben wir hier, oh ja, Questbars, Questbars haben wir in ganz, ganz vielen Geschmacksrichtungen. Ja, das war's, das war ein kleiner Auszug von dem, was wir haben, wir haben noch viel, viel mehr und jetzt seid ihr dran. Bis 31.12.2015, 23 Uhr, 59 Sekunden, 20% Rabatt auf alle Nahrungsergänzungen in unserem Webshop und im Ladengeschäft. Bis dahin, ich wünsche euch frohe Weihnachten.